Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Dieses Mal schauen wir uns den alternativen Browser Ladybird an. Ein Browser, der im Gegensatz zu den anderen Platzhirschen noch in einem sehr, sehr frühen Stadium ist und der wirklich nicht auf anderen Engines wie der von Chromium oder von Firefox basiert, sondern wirklich nochmal komplett neu anfängt. Gucken wir uns mal an, wie weit das Ganze jetzt schon ist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die meisten von euch Ladybird diesen Webbrowser eben noch nicht kennen. Bis vor ein paar Tagen kannte ich den halt auch nicht durch einen Artikel bei Linux News.de oder GNU Linux.ch. Ich glaube eher Linux News.de stand da was drüber und da dachte ich mir, okay, gut. Interessant, was es gibt, dass jemand wirklich nochmal anfängt, einen Browser von Grund auf neu zu entwickeln und nicht Abhängigkeiten zu anderen Browsern, also vielleicht Teile mitzuverwenden, die Engine oder bloß den JavaScript-Interpreter oder sonst irgendwas mitzuverwenden, sondern wirklich von Grund auf neu das Ganze nochmal anzugehen. Das Ganze befindet sich im Moment in einer Prä-Alpha-Phase und die planen die erste Alpha-Version für 2026 an. Also das ist ja noch ein bisschen hin. Man kann sich den aktuellen Stand aber natürlich jetzt schon mal angucken, was da so funktioniert und was auch nicht. Natürlich werden wir uns gleich mal zusammen angucken, mal ein paar Seiten öffnen und dann mal gucken, was man sehen kann, wo es vielleicht ein paar Probleme gibt. Ich habe euch mal die wichtigsten Informationen hier aufgelistet. Das Ganze verwendet eine neu entwickelte LibWeb-Engine und immer wenn ich hier irgendwas Blaues habe in den Folien und wenn ich mit der Maus drüber gehe, dann ist da ein Link hinter. Die Folien, die ich hier zeige, sind unten verlinkt in der Videobeschreibung und da könnt ihr dann draufgehen und gucken, was für ein Link sich dahinter verbirgt, dann müsst ihr es nicht abtippen. Dann habt ihr es nochmal so oder wenn ihr das Ganze, was ich hier erzähle, nicht nochmal im Video nachgucken wollt irgendwann, sondern einfach schnell die Folien durchblättern möchtet, dann geht das natürlich auch. Also die Folien sind immer ganz praktisch. Also die haben nicht nur für das wirkliche Rendering einen komplett neuen Ansatz gefunden, eine eigene Bibliothek geschrieben, sondern auch für das Parsen und Interpretieren von XML, JavaScript, HTML, DOM, das Document Object Model, also wo die einzelnen Elemente auf so einer HTML-Seite strukturiert reingeschrieben werden, damit der Renderer hinterher das Ganze richtig auf dem Monitor ausgeben kann. Dann CSS, SVG, WebAssembly, Markdown und viele andere Dinge haben die wirklich in diesem Projekt von Grund auf neu in eigene Bibliotheken gepackt und entwickelt. Also da steckt eine ganze Menge hinter. Dann basiert das Ganze auf Qt 6, die Oberfläche, mit der der Browser ausgestattet wird, also die grafischen Elemente, so etwas wie Buttons und Eingabezeilen und so irgendwas, das ist in Qt 6 so einem Baukasten für grafische Anwendungen geschrieben und die verwenden auch noch den Netzwerk-Teil von Qt 6 mit. Also Qt 6 kann auch noch ein bisschen mehr, nicht bloß Oberflächen gestalten, sondern da sind viele weitere Funktionen in den Bibliotheken drin, unter anderem auch für Netzwerk. Lizenziert ist das Ganze unter der BSD 2 Clause, also relativ frei das Ganze und die Projektseite ist ladyberg.org und die Quelltexte gibt es unter anderem hier. Die einzelnen Bibliotheken sind teilweise noch ein bisschen aufgeteilt in Unterprojekte und so weiter und so fort. Ja, aber das Ganze kann man da als Quelltext kriegen. Mit dem Ausprobieren ist es im Moment vielleicht ein Tick schwerer. Wenn man jetzt ein Debian, Ubuntu oder Linux Mint verwendet, gibt es dafür noch keine fertigen Pakete von dem Projekt. Also von daher gibt es auch keine App-Images. Unter Debian, Ubuntu und Linux Mint wird es ein bisschen kompliziert. Wenn ihr andere Distributionen habt, wird es sehr höchstwahrscheinlich auch noch nicht drin sein, aufgrund dieser Prä-Alpha-Phase. Es ist einfach noch nicht so weit, dass sich das wirklich lohnen würde. Allerdings bekommt man bei Arch über das sogenannte Arch User Repository auch so Bauanweisungen mit denen aus Quelltexten die Software auf dem eigenen System gebaut und installiert wird. Und dort gibt es auch ein Paket, was ladybird.git heißt. Da werden dann die Quelltexte auf euren Rechner runtergeladen. Dann läuft der Compiler da eine ganze Zeit drüber. Also bei meinem System hat das ungefähr eine halbe Stunde gedauert, bis das alles soweit fertig war. Und hinterher wurde es auch installiert. Also das hat bei mir geklappt. Dieses Arch User Repository, das ist üblicherweise nicht aktiv. Und in dem Manjaro, das ist eine Arch-basierte Distribution, die ich genommen habe, die habe ich auch schon mal in einem anderen Video gezeigt, mit dem Raspberry Pi und Virtualisierung. Das lässt sich einfacher installieren. So eine Arch-Distribution mehr so für die, sagen wir mal, Gelegenheitsnutzer. Und man muss das halt in dem Paketmanager einem aktivieren, damit auch Aure Arch User Repository aktiviert ist, damit man das Paket installieren kann. Neben diesem Paket hier gibt es auch noch ein weiteres, jedenfalls zu dem Zeitpunkt, wo ich es ausprobiert habe. Da gibt es nämlich Ladybird 2024 04 17 minus 1. Das Paket ist als veraltet markiert, aber es steht immer noch in der Liste drin, mit den möglichen Paketen, die man installieren könnte. Aber das hat bei mir nicht funktioniert. Und das sieht ja auch so aus, als ob es schon ein bisschen älter ist. Also April haben wir jetzt auch schon ein bisschen länger gehabt. Schauen wir einmal auf das Manjaro, was ich da installiert habe. Ich habe die XFCE-Variante genommen. Es gibt auch andere Varianten, je nachdem, was ihr gerne haben möchtet. Und installiert das einfach mal irgendwo, vielleicht in der virtuellen Maschine, wenn ihr das überhaupt ausprobieren wollt, mit dem Ladybird. Gucken wir einmal kurz hier rein, wo ich das gefunden habe, mit dem Paketquellen einstellen, also Einstellungen. Und dann kann man hier Software hinzufügen und entfernen. Das ist denn der Paketmanager. Und hier oben, ja, sieht man, auf diese drei Punkte draufgehen, dann dort Einstellungen. Einmal das Passwort eingeben. Dann an der Stelle brauchen wir Rootrechte. Und dann gibt es hier oben diese Reiter. Und da auf Drittanbieter draufgehen. Und dann einmal Auro-Unterstützung einschalten. Und das habe ich jetzt mal so gemacht, dass es auch auf Updates überprüfen soll und kompilierte Pakete behalten. Wahrscheinlich braucht man das nicht. Frist wahrscheinlich einfach bloß Platz. Kann, denke ich mal, wieder ausmachen. Dann einmal zumachen. Und damit wir auch wirklich die Informationen über die jetzt freigeschalteten Paketquellen drin haben, nochmal hier draufgehen und auf Datenbank aktualisieren klicken. Dann wird aus dem Internet so ein Index runtergeladen. Das, denke ich mal, funktioniert ziemlich ähnlich wie bei Debian auch. Und dann weiß euer Paketmanager, was im Internet von den ganzen Servern als Paketen installiert werden kann. Ja, und wenn ihr das gemacht habt, oben da draufgehen. Und das Ding in der Mitte hat mich mehrfach verwirrt. Lady Bird. Genau, das ist übrigens der Marienkäfer. Also es gibt auch Lady Bug. Aber Lady Bird ist, glaube ich, die englische Variante und Lady Bug die amerikanische. Genau, und da haben wir die zwei Versionen. Einmal das hier. Das ist diese alte Version aus dem April. Die wollen wir nicht haben. Und dann gibt es hier Lady Bird minus Git. Das ist die, die bei mir funktioniert hat. Ja, und da wird sich wahrscheinlich diese Buchstaben-Zahlen-Kombination ändern, je nachdem, welches Release gerade im Git drin ist. Wenn das Ganze jetzt kompiliert und installiert ist, sollten wir das auch finden in dem Startmenü und unter Internet natürlich. Und dann gibt es hier den Lady Bird mit dem kleinen Marienkäfer dabei. Wenn man das mal so startet, dann sieht das, naja, also nicht so wirklich spektakulär aus. Wir haben da oben Reiter für verschiedene Seiten, die wir parallel öffnen. Und vor, zurück, neu laden. Und mal gucken, was haben wir da? Menü. Und mal gucken, kann man Settings. Ja, also das ist relativ aufgeräumt. Also wir können hier die Suchmaschine aktivieren. Da habe ich dann verschiedene Suchmaschinen. Und Lady Bird, beziehungsweise das Projekt, hat auf der eigenen Seite auch so ein bisschen damit geworben, dass sie sich nicht durch das Voreinstellen von der Suchmaschine finanzieren wollen. Also Firefox wird überwiegend, glaube ich, jetzt von Google finanziert, weil das standardmäßig voreingestellt ist als Suchmaschine. Und davor war es irgendwann mal Yahoo und die haben eine ganze Zeit Firefox finanziert. Und das will das Lady Bird Projekt eben nicht. Also darum ist es auch erst mal aus. So, würde ich auch wieder zurückstellen. Dann haben wir, äh, ein bisschen größer machen, ein bisschen kleiner machen. Achso, ah, okay. Das finde ich immer ganz gut. Das habe ich immer lieber als da so ein Big Mac Menü, dass ich dann sofort das denn alles sehe. Genau, Settings hatten wir. View, ein bisschen größer oder kleiner machen die Schrift. Ist auch immer ganz praktisch. Dann das Farbschema, oder? Oder ist das vielleicht irgendwie ein CSS, was sich direkt auf die Webseiten bezieht? Könnte auch sein. Dann Quelltext angucken. Die einzelnen Elemente, diese DOM-Elemente angucken. Task Manager. Warum heißt das Ding jetzt Chrome? Hm. SQL Server Request. Okay. Dann, was haben wir ja noch? Ein bisschen Debuging können wir damit machen. Wir diesen, äh, DOM-Baum uns angucken. Wie eine Webseite aufgebaut ist. Ah. Habt ihr das Symbol wiedererkannt? Das war ja eins von meinen Rätseln. Als was hat sich Tux verkleidet? kleidet. Da war ja diese Nase mit der Brille, den Augenbrauen und dem Bart dabei. Ich weiß nicht. Also ich glaube, viele haben es nicht erkannt. Da können wir jetzt vorgeben, dass der Browser sich zum Beispiel als Safari iOS Mobile Client tarnt oder als Firefox oder Linux oder was anderem, damit Webseiten vielleicht richtig dargestellt werden können. Wir können jetzt einfach mal gucken, was aus Wikipedia so wird. Okay, da muss ich wahrscheinlich suchen. So, wenn ich jetzt einfach mal Linux eingebe und dann auf Wikipedia. Aha, okay, gut. So ist es gedacht. Ja. Also was dabei? Oder? Aha, okay. Also es lädt ein bisschen länger. Ich glaube, jetzt ist es auch fertig. Es gab auch irgendwo so die... Ah, ist immer noch nicht ganz da. Also es gab irgendwo auch die Werbeaussage, dass das Ganze möglichst schnell sein soll, beziehungsweise dass sie es darauf auch entwickeln wollen, dass es schnell funktioniert. Im Moment ist das noch nicht wirklich gegeben. Aber Wikipedia kann man durchaus lesen. Die Bilder sind auch da, wo sie hingehören. Also das sieht eigentlich ganz okay aus. Da die Klammer. VTE. Was macht die Klammer denn? Hm. Ja. Also theoretisch Wikipedia kann man sich schon mal angucken. Dann natürlich einmal meine Seite. Was daraus wird... Och ja, also... Das sieht jetzt gar nicht so verkehrt aus. Hier oben das Symbol. Das wird nicht richtig gerendert. Da ist so ein Big Mac Symbol in UTF und HTML drin. Und hier mit der Breite. Also das passt nicht ganz mit dem CSS, was da drin ist. Also eigentlich soll das ja berechnet werden, dass das alles passt. Scheint irgendwie nicht wirklich zu funktionieren. Aber im Großen und Ganzen ist das schon ganz ordentlich. Und wenn ich jetzt mal hier gucke, bei meinen Videos, die es ja bei Peertube und bei YouTube gibt. Wenn ich da mal drauf gehe auf den Peertube-Kanal... Also diese Symbole hier, das sind alles SVGs. Einzelne SVG-Dateien. Und das ist direkt durch den Browser eigentlich mitzugeben. Dieser Zeichensatz für Sonderzeichen. Und einmal hier bei Peertube. Wie sieht das Ganze aus? Also hier fehlt natürlich der linke Bereich davon. Also das ist ja nicht so abgeschnitten, wie es hier dargestellt wird. Und die Vorschaubilder, die funktionieren. Mal gucken, was jetzt passiert. Einmal eine Folge 3. Kleine Helfer. Ob sich da schon irgendwas tut? Ich gucke auch ein bisschen nach unten. Da ist von der VirtualBox, wo ich das Ganze ausführe, so eine virtuelle Netzwerkaktivitäts-LED. Und die blinkt im Moment nicht. Also da wird jetzt nichts nachgeladen. Also Videos scheinen noch gar nicht zu funktionieren. Oder wenn ich jetzt mal probiere. New Tab. Das geht. Und wenn ich jetzt einfach mal... Oder ich mache das lieber mit meinem... Zurück. Zurück. Also beliebig häufig zurück scheint es nicht zu gehen. Also nochmal zurück zum... Also nochmal zurück zu meiner eigenen Seite. Oder... Oder... Er hat sich das jetzt so halb weggehängt. Nochmal einen neuen Tab. Ob es da drin lädt? Oder immer mal kurz geguckt. Was steht hier drin? Version 1.0. Mhm. User Agent. 1.0. Eigentlich wollten die das ja... Also pre-Alpha hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man es mit 1.0 benennt. Aber okay. So, also der scheint sich irgendwie weggehängt zu haben. Also ich mache den einmal komplett dicht. Das ist ja auch nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Internet. Ladybird. Und jetzt nochmal. Jetzt lädt es auch wieder. Und nochmal Videos. Und YouTube. So weit sind wir schon mal. Also es ist so ein bisschen irritierend, dass da keine Informationen kommt, ob da noch was geladen wird oder ob das einfach weg ist. Aber in dem frühen Stadium ist das insofern auch okay. Bloß das ist im Moment so ein bisschen irritierend. Boah. Und? Ich kann auch noch nicht nach unten scrollen oder so. Also die Seite baut sich auf, aber sehr langsam. Ja. Okay. Es ist wirklich sehr langsam, ne? Also hier das kleine Dings, das hat ja auch ein bisschen gebraucht. Ja. Ich glaube, ich gebe dem einfach mal 5 Minuten oder so. So ein paar Momente später. Also die Icons hier, die sind jetzt alle geladen. Das kommt auch, aber es ist eher träge. Und mehr scheint hier auch nicht mehr zu kommen. Eigentlich müsste an dem Platz hier das Startvideo drin sein. Aber das, ja, das kommt nicht. Aber interessant, da oben gibt es schon so ein Symbol für Audio-Wiedergabe. Kann ich an und aus machen, wenn ich den Tab stumm schalten möchte. Das JavaScript, was von YouTube dafür gebraucht wird, um diese ganz... Okay. Ja, es dauert wirklich lange. Okay, ich klicke jetzt einfach mal den hier an. Mal gucken, ob wir gleich noch ein Video sehen. Ah ja, genau. Also hier oben haben wir jedenfalls den Status-Balken, der direkt von YouTube kommt. Wie zuverlässig der ist. Er lädt und lädt. Okay. Hat oben schon mal den Titel geändert. Das ist auch nicht schlecht. Und? Ja, ja, ja. Und? Ach, ja, genau. Dieses runde Dingster, diese Animation. Mal komplett neu interpretiert. Sogar das Kanal-Logo hier unten ist eingeblendet. Das ist ja nicht Bestandteil von dem Video als solches, sondern es wird noch mal eingeblendet über HTML irgendwas. Oh, also es hat schon mal die Farbe geändert und die ganzen einzelnen vorgeschlagenen Videos, die sind jetzt auch da. Jedenfalls, soweit man das sehen kann. Jetzt hat es noch mal die Farbe gewechselt. Dafür sind... So, ist auch wieder da. Also selbst dieses Overlay hier, das wird mit ein bisschen Verzögerung eingeblendet oder auch nicht. Okay, das wird wahrscheinlich irgendwie Werbung sein. Sieben Sekunden sind meine Videos üblicherweise ja nicht lang. Also ich brauche üblicherweise ein bisschen länger. Also ich denke mal, hier wird nichts weiter kommen. Das war es dann noch für die. Jetzt mal mit einem kleinen Einblick in Lady Bird, einen Browser, der noch sehr am Anfang von seiner Entwicklungsgeschichte steht, also pre-Alpha. Einige Dinge haben ja schon funktioniert. Videos ist noch nicht so unbedingt das. Und an der Geschwindigkeit, naja, haben wir gesehen, das ist auch noch nicht so doll. Aber vieles funktioniert ja sogar schon. Wobei diese ganzen Eigenentwicklungen ja wirklich eine große Leistung sind, wirklich das Rad nochmal von vorn zu entwickeln mit allem Drum und Dran. Also mit eigenen Bibliotheken für CSS, für SVG, für XML und alles, was mit dazugehört, dass man HTML-Seiten, den Quelltext interpretieren kann, dass da wirklich was angezeigt werden kann mit den ganzen grafischen Elementen und sonst. Also das ist wirklich eine große Leistung, die die da jetzt schon mal gezeigt haben. Und hoffen wir mal, dass das Ganze in Zukunft noch deutlich besser wird. Denn es ist natürlich von Vorteil, wenn man nicht bloß die zwei großen Platzhirsche mit den verschiedenen Forks, die dieselbe Engine nehmen, da hat, sondern vielleicht nochmal einen dritten mit dazu, der sich mausert. Mausert, 2026 soll hier die richtige Alpha rauskommen, sodass man wieder so ein bisschen mehr Auswahl dabei hat. Ansonsten macht das gerne mal nach. In so einer Manjaro-VM einfach mal selbst kompilieren, so ein Lady Bird und mal mit rumspielen, vielleicht mal mit ein paar anderen Seiten, einfach um mal zu gucken, wie weit das Ganze schon ist oder eben auch noch nicht. Und das Ganze, also wenn ihr natürlich Lust auf sowas habt, in ein paar Wochen, Monaten nochmal wieder neu installieren. Denn bei dem Git tut sich ja eine ganze Menge, woraus der Quelltext genommen wird, um das Ganze unter dem Manjaro oder Arch zu bauen. Von daher wird sich in der nächsten Zeit da bestimmt noch eine Menge ändern. Aber ungeachtet dessen natürlich gerne abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Sous-titrage ST' 501